In Vorbereitung auf die Predigt hören Sie Verse aus dem ersten Korintherbrief. Ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch. Amen. Amen.